Ey, du bist ja! Rüdiger! Alter, da haben sich wirklich welche umgedreht. Ich hoffe, der Mann hat das gesehen. Rüdiger! Hey, meine Piraten! Ja, genau, da hinten, du hast eine süße Püppe! Oh Scheiß! Alter, der ist zurückgekommen. Ok Leute, das... Oh BFF! Ok... Der... Steht nicht auf mich... AHHHHHHH, Pralski! Oh SCH... Die sollen mal aufhören, sich mit ihren Hunden immer so umzudrehen und die Hunde, die rasten einfach raus. Justin, mach jetzt die Abmoderation für dieses... Wo muss das hier ans Ende hängen? Sag was. Noch jetzt ans Ende. Ja, das hier. Ich nehm grad noch auf. Achso, ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Und wenn ihr mich geil findet und nicht so wie der andere findet, ich hab ein hässlichen Pöpchen. So, dieser... nicht... ach, egal. Ich hör einfach auf, es war einfach noch peinlich. Ja. Ciao.